von euch schon mal gespielt habe, ist einfach, dass ich dachte, dass der Speicherstand nicht dort war, wo wir aufgehört haben, sondern viel früher und ich wollte bis dahin noch mal weiterspielen. Soweit habe ich nicht gespielt. Ich wusste nicht, ob es funktioniert, aber ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. So. Das heißt, wir mussten gar nicht an die Leiter springen, sondern einfach nur... fahren. Ähm, warte, wir müssen da hoch. Ah, ne, ist richtig. Wie war das? Genau. Und wir kommen weiter. Ich glaube sogar, dass wir jetzt... sogar wieder... ...segeln können. Die Steuerung ist immer noch... Oh, ja. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben also praktisch die Doppel... ...den Doppelantrieb. Wir haben noch Reparaturmaterialien. Wow. Oh, oh, das wollte ich nicht. Das ist noch mehr Materialien. Wir können jetzt hier mit dem Ofen mal ein bisschen langsamer machen, weil wir ja bei einen relativ... ...der relativ... ...heftigen Wind... Bleibst du bitte... ... oben? Danke. So. Na. Hilfe. Quatsch. Jetzt weiß ich es wieder. Moment. So. Und ja, wir segeln. Und nach Fahr segeln wir wirklich. Ich glaube, wir müssen doch beides machen, weil es einfach zu viel Gegenwind gibt. Die Steuerung muss ich wieder reinfinden. Was ist passiert? Ist aus dem Ordner, oder? Wir müssten jetzt eigentlich vorankommen. Hallo? Okay. Na komm. Ganz schön. Heftiger Seeweg. Der Seegang. Ich schnapp mir mal gerade das Ding. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was es muss. Wir müssen aber für Bremsstoff sorgen. Dann nehme ich da. Oh, oh. Wow. Nee. Das hat es mir gerade im Moment nicht gesehen. Okay. Ganz schön heftiger Seegang. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe das noch gerade eben repariert. Vielen Dank. Vielen Dank. So, für alle, die seekrank werden leicht. Verbrenne den letzten Gegenstand, das ist nicht gut. Oh, ich sehe gerade was. Maintenance. Wo ist es? Da ist es. Ah, nee, das wollte ich nicht. Wo ist denn mein... Das habe ich aufgebraucht. Okay. 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 Da habe ich keinen Reparaturdienst mehr. Nein. Oh. Ist jetzt auch egal. Nächstes Rätsel. Bei dem wir hoffentlich auch noch mal ein bisschen was Material finden. Erst mal gucken, ob hier was liegt, ob wir hier überhaupt so weit runter kommen. Oh. Oh. Bücher? Bücher sind neu. Klingt doof. Ist aber so. Ah. Ah. Das ist mir. Gut. Hier geht es also nicht weiter. Ich habe auch tatsächlich nicht gespoilert, sondern diese Lösung von eben, die, ja, habe ich erklärt, kam plötzlich und überraschend. Das heißt, wir müssen jetzt zum Schiff. Sind wir vorne am Schiff auch? Aber wir sind hinten am Schiff. Und wir können vorne am Schiff auch hochklettern, oder? Oh. Das ist eher wichtig. Kannst du es bitte nehmen? Kannst du nicht nehmen? Ja, genau. So. Wow. Würde sterben. Es ist so wunderschön harmlos gestaltet. Oh ja. Ganz wichtig. Reparatur Material. Nicht, nicht, nicht runterfallen. Nein. Oh. Sollte halt eben jetzt erstmal alles runterwerfen, was ich nicht brauche. So. Wenn wir... Ne, wir können ja nicht da runter. Also, wir müssen dann da hoch. Und schauen, was da passiert. Ah, ja. Okay. Das ist es jetzt nicht alleine. Wir müssen also noch weiter gucken. Ah. Oh, mit Sensor. So. Oh, schön. Das Gute ist, wir können ja sowieso nur springen, bettern. Also, ja. Springen, greifen und rechts und links. Dann, dann, dann. Dann, dann, dann. Dann, dann! Oh. an, nicht? Mhm, dankeschön. Nee, komm jetzt. Mach doch mal ordentlich. Mhm, äh? Und du? Das ist aber nichts. Aha. Hä? Da geht nichts. So, da konnten wir auch nichts machen, was mir was gesagt hätte. Hier kommen wir sowieso nicht weiter. Da ist auch nichts kaputt. Nochmal die Richtung. Da läuft da Wasser raus. Was mache ich mit dem Wasser da? Hm. Hier oben ist nichts außer dem Knopf da ganz... Ach, ja. Äh, äh, warte. Ähm, warte. Das da muss jetzt einfach hoch. Habe ich irgendwo einen Schlauch übersehen? Ich habe garantiert irgendwo... ...einen Schlauch übersehen. Haken. Er ist ja gut. Ach, bitte. Das hasse ich. Ich muss da mit zwei Händen arbeiten. Haken. Hallo? Hm? Ja. Junge dazu... Nur wie mache ich das jetzt? Hallo? Hallo? Das ist es auch nicht. Das ist wohl erst durch Lösung 1 später. Aber da ist irgendwas, was ich... Kann ich denn nichts mehr sonst holen? Nein. Nochmal genau gucken. Irgendwas fehlt mir hier. Hier kommen wir nicht weiter. Da ist aber auch kein Schlauch oder so irgendwas. Hm. So, alles nochmal abklappern bringt dann nicht so viel. Vielleicht müssen wir ganz anders arbeiten, das glaube ich aber nicht. So, alles nochmal abklappern. So, alles nochmal abklappern. So, alles nochmal abklappern.